So, nahtlos geht's hier gleich weiter in Aurora. Wir erkunden hier weiter und natürlich erstmal Hallo an euch da draußen. Und willkommen in Subnautica. So, wir erkunden hier gleich fleißig weiter. Den Verkaufsautomat habe ich das letzte Mal gar nicht gebaut. Den will ich unbedingt haben. Den will ich haben. Ohne Verkaufsautomat gibt's nix Gutes. Nix Gutes ohne Kaffeeautomat. Könnte ich hier bitte einfach irgendwie durchspringen ohne zu sterben? Genau, Einzelwandregal bitte. Ey, das ist so lächerlich. Um ein scheiß Brett zu scannen, brauche ich gefühlte 20 Sekunden für ein verdammtes Brett. Kann doch nicht der Ernst sein. So, äh, noch ein PDA. Videoaufzeichnung. Vorreportküche. Uh, Videoaufzeichnung. Achso, da labern die Leute nur. Okay. Hab ich schon alles? Hab ich alles? Hab ich alles? Durch die Flammen! Through the Fire and the Flames. Dann geht's hier weiter. Und hier war noch ein enges Bett. Oh, ein enges Bett. Toll. Super beruhigend, natürlich. Fertigscan, Fertigscan, Fertigscan. Und noch ein PDA. Relationship Contract Legal Recordings. Oh, ne Bank haben wir hier noch. So. Und was haben wir hier drin? Stuff, den ich nicht benötige. Oh, ein Bild. Nicht mal schlecht gezeichnet. So, dann löschen wir hier Feuer. Feuer wäre mein Yukai. So, hier war irgendwas drin, das, keine Ahnung, die konnte man anscheinend mitnehmen. Ich weiß immer noch nicht, was das so genau ist. Und ich trinke mal hier einen Schluck und esse mal was und nehme mir ein Medikit. So. Eigentlich will ich das Ding aber auch gar nicht mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Brauche ich nicht. Medikit, Bett, Bett, Vorrat, Batterie, Batterie, PDA, desinfiziertes Wasser. Jetzt brennt das schon wieder. Habe ich den Brandheld nicht ganz gelöscht. So, dann geht's weiter hier hin. Ah, die Tür ist sowieso zu. Da gibt's nichts. Nichts, noch eine Batterie. Langsam habe ich aber echt genug von Batterien. Medikits brauche ich auch nicht. Nährblock brauche ich auch nicht. Vorrat auch nicht. Äh, wow, ich habe so viele Batterien, das ist fast schon ein bisschen lächerlich viel. So, dann hier in die andere Richtung. Habe ich jetzt schon den Code gefunden. Möglicherweise, ja, 1869. 1, 8, 6, 9. Perfekt. Willkommen in deinem Zimmer. So, was gibt's bei dir Tolles? Bei dir gibt es Spielzeug... Oh mein Gott, ich will es haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es haben. Spielhallen Georgie Spielzeug. Oh, das ist jetzt mein Wilson. Das stelle ich bei mir im Schlafzimmer dann gleich auf. Und ich werde permanent mit ihm reden. Ich werde mich mit ihm unterhalten. Und ihm meine tiefsten Geheimnisse erzählen. Und meine dunkelsten Geheimnisse. Mohahaha. Okay, dann ist das Zimmer aber auch, glaube ich, schon durch. Noch die coole Baseballkappe, die ich eigentlich nicht mal so toll finde. Aber die tanken kann ich zweimal weghauen, brauche kein Mensch. Mütze und... Ey. Was haben wir hier noch? Nichts. Komme ich hier noch vorbei? Oh, da ist noch was. Habe ich noch einen Code? Nein, leider habe ich keinen weiteren Code. Schade, dann komme ich in diese Tür immer noch nicht rein. Irgendwo hat mir mal jemand in den Kommentaren geschrieben, dass man den auch irgendwo finden könnte. Aber ich habe keine Ahnung wo. Da ich ja jetzt doch eigentlich überall die PDAs aufgenommen habe, wo ich sie gesehen habe. Dementsprechend glaube ich nicht wirklich, dass ich irgendwo was übersehen hätte. Dann waren wir hier überall. Hier überall. Hier, hier haben wir alles. Dann geht es aber noch in einige andere Richtungen. So. Was ist hier eine Energiezelle? Eine Energiezelle finde ich ehrlich gesagt wichtiger als eine Batterie. Zumindest vier Stück davon sollte ich bald haben. Das wäre ganz nice. Den kann ich dir nämlich immer wieder aufladen. So. Hier glaube ich war es nur kurz schwimmen. Nicht mal weit. Hier gleich wieder da durch. Das habe ich aufgedödelt. Und dann geht es jetzt halt hier in die andere Richtung weiter. Und zwar in die Seemottenbucht als nächstes. Das gefällt mir. Eine Seemottenbucht. Gab es hier nicht irgendwer? Uah. Wow. Wow. Jetzt hat es mich gerissen. Kusch. Kusch. Ey die Viecher sind echt nervig. Wow. Toll. Bist du jetzt wenigstens tot? Ja. Jetzt ist es tot. Aber das noch nicht so. Greif mich kurz an. Dann haben wir das auch hinter uns. Hallo? Sag mal. Werden das hier mehr? Das ist. Ich glaube ich kann ihn nicht töten. Okay. Dann beeile ich mich halt einfach. Könntet ihr nicht mein Blut absaugen. Dankeschön. Oh. Anscheinend ja nicht. Kusch. Kusch. Ich repariere dich. Dexteil. Oh. Hier war nochmal irgendwas wichtiges. Ähm. Ich trinke ein Wasser und haue ein Mediket rein. Dann habe ich wieder Slots frei. So. Druckkompensator. Genau. Hier war der Free Druckkompensator. Ja. Sag mal. Geht's dir noch gut Viech? Hast du's dann? Jetzt bist du aber glaube ich tot. So. Kann ich dich scannen? Nein. Seemotten Fragment habe ich auch schon. Gab's hier wirklich nur dieses eine Ding? Niemals. Hier gab's aber auch ein Upgrade Modul. Oder? Komm schon. Sag hier gab's auch ein Upgrade Modul. Äh. Modifizierungsstation meine ich. Ne. Ne. Ganz offensichtlich gibt's hier wirklich nur ein Seemotten Ding und das Druck Dingens. Wow. Krass. Das ist echt mager hier unten. Na. Brauch ich gar nicht. Seemotte hab ich schon. Danke. Danke für die Nachfragespiele, aber die Seemotten Teile hab ich schon alle. Gut. Irgendwie funktioniert die Musik grad nicht mehr so ganz voll eigenartig. Richtig eigenartig klingt das hier alles. Oh. Habe ich noch einen funktionierenden Feuerlöscher? Ja. Dich nicht mehr, aber dann nehmen wir halt dich her. So. Dann dürfen wir hier jetzt halt mal wieder Löcher stopfen. Dass ich den Anzug ausziehen kann und nur noch den Anzug anhaben kann, den ich auch möchte. Zyklop Energie Effizienz Modul. Okay. Im maximal zuständigen Bereich. Wow. Der Anzug scheint gut zu sein. Zehn Stück. Das sind echt gar nicht mal so wenige. So. Dann haben wir hier das zweite repariert. Gehen wir erstmal gegenüber auf die andere Seite. Schauen, was da noch so an Breaches war. Ich glaube, da waren nämlich auch ein oder zwei. Dazu muss ich hier kurz so rüberspringen wie ein Profi. Und es ist tatsächlich nichts hier kaputt. Krass. Dann muss ich ins Wasser. Okay. So. Wo haben wir noch Lecks? Wir haben da rechts von mir einen Leck. Und machen wir dann auch gleich mal das da. Ich glaube, dann war es ja noch drei Tage oder so, dass die Strahlung komplett weg war. Und dann konnte ich mal den anderen Anzug anziehen. Dann habe ich eh kein Problem mehr damit. So. Sieben Stück. Sechs. Fünf. Fünf fehlen noch. Den Rest sehe ich schon. So. Fünf nach dem hier noch. Okay. Dann schauen wir mal. Wow. Schon wieder so ein Viech. Die sind echt nervig. Da ist noch eins. Okay. So. Das war dann noch vier. Noch vier Stück. Drei. Zwei. Und ich glaube, ich weiß, wo alle sind. Okay. Perfekt. Da müssen wir sie nur noch zumachen. So. Da ist schon wieder dieses Viech. Das will ich gleich wieder angreifen. Und zack. Drei. Zwei. Ne. Eins fehlt dann noch. Eins da weiß ich noch, wo es ist. Aber dann fehlt immer noch eins. Verdammt. Zwei. Und das. Die letzten beiden. Eins ist hier. Ah. Da sind beide. Nice. Perfekt. Bye-bye Strahlung. Bye-bye Strahlung. Und willkommen. Toller Anzug. So. Repariere. Repariere. Wow. Boah. Wenn die Viecher so direkt vor dir sind. Junge. Das sind ja schon drei. Die saugen mir ja alles raus. So. Strahlungswerte sinken. Perfekt. Perfekt. Drei Tage. Drei Tage. Zehn Stunden. Okay. Das ist ja gar nicht mal so lange. Das ist okay. So. Dann war ich jetzt schon überall. What? Das ging. Ne. Irgendwo war noch ein Punkt. Wo man unten irgendwo hinschwimmen konnte. Irgendwas war irgendwo noch. Wow. Wow. Ich und meine Beschreibung. Irgendwas war irgendwo noch. Das ist. Das ist super. So. Also warte mal. Ich hab. Bin hier rein. Dann bin ich in die Seemottenbucht. Da hört's dann. Oder? War da noch irgendwo im Weg nach unten so sneaky. Irgendwas kaputt. Ne. Also hier hab ich tatsächlich alles. Dann. Boah. Ohne Audioeffekte ist das Spiel echt eigenartig. Keine Ahnung was das Spiel hier gerade hat. Antriebsraum war ich gerade. Und da gab's auch nichts mehr. Außer dass ich halt das Zeug repariert. Wow. Das hat jetzt mehr Schaden gemacht als ich dachte. War hier noch irgendwo irgendwas wo ich vielleicht hin sollte. Hier unten. So eine Lücke wo man durchschwimmen kann. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Hm. Ne. Ganz offensichtlich nicht. So. Dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Passt. Im Prawnraum glaube ich war das. War die Lücke wo du durchschwimmen konntest. Irgendwo kommt man da noch woanders hin. So. Dann hier vorbei. Entschuldigung. Ja. Niesen. So. Irgendwo hier war dann noch was Sneakies. Irgendwie so ein Sneaky Dingens wo du ewig lang tauchen musstest. Und dann bist du irgendwo hingekommen. Mich erinnert er mich so. Noch ganz leicht daran. Vielleicht oben. Ah. Da war ich noch nicht. Oder waren... Ne. Das waren die Wohnräume. Räume. Äh. Ach das hier war das wo man so Sneaky tauchen musste. Shit. Dann war ich ja doch überall. Gehen wir mal noch den Weg zurück. Dann habe ich nämlich nichts vergessen. Ah. Das fühlt sich so sicher an wenn alles wackelt um dich herum. So beruhigend. So. Dann ging es da hin. Und genau den Raum meinte ich. War da nicht noch irgendwas spannendes. Datenterminal. Aurora T-minus 6 minutes. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 454-6B. Sending all available environmental data. Please find survival solution. A-L-T-E-R-R-A-H-Q-T plus 8 out. To any survivors of the Starship Aurora. If you're hearing this, we will do everything in our power to get you home. A rescue mission would take years to reach you out there. But we think we've got a better solution. A-L-T-E-R-R-A-H-Q-T plus 8 out. We received your environmental data. And we've sent you a blueprint for a specially designed ship. We think will be capable of breaking orbit. And getting you back to the nearest phase gate. We calculate that you can find the requisite materials in set you. We'll be short to static. T plus 8 hours. Communications Relay offline. Na gut, das hatten wir ja schon mal gehört. Aber trotzdem wollte ich da jetzt nicht dazwischen labern. So, oh, Laborzugang. Das ist neu. Äh, 6, 4, 8, 3. Das ist dann wahrscheinlich hier, ne? 6, 4, 8, 3. War ich hier schon mal drin? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oder? Doch, da habe ich die Laborgeräte. Ja, so. Na gut, dann war ich auch leider im Labor schon mal. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Wasser. Komische Arme. Datenterminist. Das ist schon besser. Bauplan freigeschaltet. Abstoßkanone. Okay. Habe ich die nicht schon? Ich bin ein bisschen verwirrt, aber okay. Ja, dann. Dann habe ich das halt schon. So, gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Ne, sonst gibt es hier nichts Spannendes. Gott, ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber gut. Primary war natürlich der Prawn das Wichtige. Wenn ich dann noch die Arme finde, dann sind wir eigentlich schon fast wieder da, wo wir das letzte Mal waren. Das ist doch auch schon mal was. Und das innerhalb von nur 4, 5 Parts. Nice. Bin tatsächlich stolz auf mich, wenn man das vergleicht mit wie lange ich das erste Mal für alles gebraucht habe. So, Laser, Laser, Laser. Und ja, ein bisschen Foi, Foi. Mein Gott, heul nicht rum, Pussy. Kann ich die Batterie noch mitnehmen? So, jetzt habe ich aber wirklich genug von dem ganzen Stuff hier. Und dann können wir jetzt das da, das da. Falschtaste. Piau! Und Piau! Und Piau! Perfekt. Wir sind frei! Frei! Ah, ich habe so viele Batterien. Ich glaube, damit habe ich jetzt erst mal keine Energieprobleme mehr. So, Energieimpuls-Dingens. Das können wir uns dann auch bald mal anschauen. Die Fabrik. Und das Problem ist, dass mir gerade noch ein Energiemodifikationsfragment abgeht. Dadurch, dass mir dieses eine Energiemodifikationsfragment fehlt, fehlen mir logischerweise auch die ganzen Upgrades mit MK2, MK3, dass ich noch tiefer kann. So, du Reaper, du glaubst gerne noch ein paar Meter weiter weg. Boah, der ist echt nur 300 Meter von meiner Base entfernt. Das ist nicht weit. Da könnte ich vielleicht wirklich irgendwann mal einen Gang bauen. So einen Glasgang. Andererseits, ein Gang ist 4, 5 Meter breit. Na, da werde ich eine zweite Base bauen müssen höchstwahrscheinlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, dahin und erstmal die ganze Beute zurückbringen. Inventory gesichert. Das sind die schönsten Nachrichten in diesem Spiel ever. Okay, ähm, in Found Stuff kann ich auf alle Fälle einiges reinhauen. Das da, das da, das da. Druckkompensator, das da. Äh, kann ich dich hier irgendwo hinstellen? Oh, perfekt. Du bist jetzt mein Motivationsteady immer. Ah, wobei, dafür baue ich mir später ein Schlafzimmer. So, dich hauen wir dann deswegen auch hier rein. Dann habe ich noch keinen Schrank für Food und ähnliches. Deshalb kommt das hier alles in Found Stuff momentan rein. Ist zwar eigentlich nicht richtig, aber egal. Und in Kupfer kommt, weil das eben der Hauptbestandteil ist. Meine ganzen Batterien und der ganze Schrott hier rein. So. Flammenwerfer brauche ich auch für nichts anderes außer das hier. Dementsprechend ist alles gut. So. Clicky, clicky. Und ich glaube eine esse ich noch. So, perfekt. So, meine Messe ist auf 6%. Das ist tatsächlich langsam ein bisschen wenig. Muss ich mir bald mal ein neues craften. Okay, für das Messer müsste ich aber auch zurück in meine Hauptbase. Also nicht Hauptbase, sondern da, wo das ganze Zeug ist. Dann glaube ich mache ich das noch ganz kurz. Weil dann können wir im nächsten Part zur Energiequelle wieder. Und schnell die Alien Facility uns wieder schnappen. Was brauche ich jetzt eigentlich für meinen Prawn? Nur um das nochmal kurz so durchzugehen. Kristallines Aluminiumoxid. Weiß ich, wo ich bekomme. Plaststahlbaren. Weiß ich, wo ich bekomme. Aerogel. Ah, das habe ich noch nicht. Das muss ich mir dann alles noch holen. So, schlaue Leute werden sich gerade fragen, warum ich dieses Druckkompensator-Ding nicht wenigstens in die Seemotte eingebaut habe. Was jetzt echt schlau gewesen wäre. Und die Antwort ist, ich habe es vollkommen vergessen. Fuck. So, dann brauchen wir jetzt noch Quarz, Kristallines Aluminiumoxid und so Stuff ein bisschen. Gut, wenn ich das nämlich habe, wenn ich das nämlich habe, in den Forest kann ich dann auch noch relativ bald. Oh, es gibt so viel zu tun. So viel zu tun. So viel zu tun. Überall ist was zu tun. Das ist echt krass. Und Schlingpflanzenbündel wollte ich auch noch unbedingt mitnehmen. Das ist auch immer eine gute Idee. Und meinen Moonpool muss ich auch bauen. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr hinterher. So, vier Stück. Fürs erste habe ich noch genug Inventory-Slots. Ja, ich habe immer noch ein paar Slots frei. Gut. Dann. Eigentlich kann ich doch alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch in der anderen Richtung genau finden. Ich muss gar nicht in diese Richtung explizit. Ich könnte auch einfach zu dem Energiesignal in die Richtung. Ah, verdammt. Vielleicht sollte ich einfach das machen. Komplette Erkundungstouren muss ich dann später natürlich auch noch fahren. Das habe ich nicht vergessen. Aber fürs erste würde es wahrscheinlich reichen, wenn ich doch gleich auf diese Insel gehe. Da ich die Insel selber noch nie erkundet habe. Und darunter ja dann auch einige Sachen waren. Vielleicht waren da ja dann noch das ein oder andere Schiffsfragment-Dingens. Dann baue ich die jetzt halt noch hier ein. Dann schauen wir mal weiter. So. Ein Speed-Upgrade für die Seemotte wäre geil. Das wäre echt cool. Sodass du doppelt so schnell sein könntest mit der. Das würde mir gefallen. So. Andocken und das Pflanzengedöns abgeben. Auch erstmal hier rein. Oh, Sachen, die wo ich komplett vergessen hätte. Die Press- Luftdinger. Schubkanone, die brauche ich erstmal nicht. Und dann brauche ich jetzt, ähm, das Ding hier. So. Aber Leute, wir nähern uns schon wieder dem Ende. Dementsprechend werden wir uns dann im nächsten Part wiedersehen, wo ich gleich die Energiequelle hier erkunde. Und dann, schau, was, wieso bin ich jetzt eingestiegen? Ich wollte nur das da machen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo oder einen Kommentar freuen. Und dann hoffe ich, oh, Jukai, was tust du für ein Scheiß. Dann hoffe ich, dass wir unseren nächsten Part sehen. So, jetzt, finally. Guten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.